1x1! Oh, nice save! Feeling good? Flying. Feeling like 30. Liverpool-Legende am Start. Xander Westerwelt. Tami ist halt super sicher. Er hat dir schon gesagt, dass er ein Elferkiller ist. Killer! Die anderen ist perfekt. Das ist der 5er-Runde! Servus, Freunde. Wir sind die Freekickers und wir sind heute im schönen Liverpool. Unser Partner Intervetten ist nämlich auch Partner vom LFC. Wir haben einmal Tami dabei und Sepp, unsere potentiellen FK-Member. Und wir haben auch eine absolute Liverpool-Legende am Start. Nämlich Xander Westerwelt. Du hast im Jahr 2001 5 Trophäen mit Liverpool gewonnen. Also du bist eine absolute Vereinslegende und der einzige Torwart, der das jemals geschafft hat. Also echt richtig krass. Er ist 47, sieht aus wie 22 und er wird uns heute das Leben schwer machen. Wir machen nämlich eine Penalty-Challenge. Es geht direkt in Sudden Death. Also wer nicht trifft, ist raus. Vielen Dank an unseren Partner Intervetten, dass das Ganze hier möglich gemacht wurde. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten rein. Ich bin sehr gespannt, was wir draus machen. Erstmal die Frage, wir sind jetzt in Liverpool. Seid ihr nervös? Ihr habt sowas noch nie gemacht? Ne, ich würde auf jeden Fall sagen, die Prof heute ist deutlich größer. Ja, bei dir? Einfach richtig Bock. Geil, so muss es sein. Schnuck, schnuck, schnuck. Oi. Schnuck, schnuck. Fängst du an, dann gehst du und dann mache ich. Okay. Ready? Erstmal die Penalty. Sehr, sehr stark. Das ist mein Spiel. Wer verschießt, ist raus. Ohhhh. Schade. Killer. Der Femi ist halt super sicher. Er ist konzentriert auf jeden Fall. Der stand schon in der Ecke. Wenn ich treffe, ist es vorbei, ne? Kein Druck, ey. Er hat vor dem Dreh schon gesagt, dass er ein Elferkiller ist. Und er hat es auf jeden Fall bewiesen. Ja, Killer. Ja, vielleicht waren wir dann doch ein bisschen nervös. Wir gehen jetzt nochmal rüber zum Five Shot und werden da nochmal die Jungs auf die Probe stellen. Da könnt ihr nochmal alles raushauen. So Leute, zweite Challenge. Im Tor steht immer noch Liverpool-Legende Sander Westerwelt. Und ich würde sagen, wir schnicken wieder, okay? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Tami, Sepp und dann komme ich. Also ich will hier die beiden Kandidaten direkt mal am Anfang sehen. Tami hat vor dem Elferpunkt noch einiges gut zu machen. Auf geht's, Tami. Super. Super Verlagung. Oh, nice save. Nice save. First Freekick. War auf jeden Fall sehr stark gemacht, das 1 gegen 1 von ihm. Der geht drüber. Eigentlich von da seine Position. Super safe. Super safe. Zwei Kontakte, ne? Boah! Ja, Ali, ne? Nicht ganz zufrieden? Nee, nicht wirklich ganz. Aber 2 ist so das Minimum, was man schaffen sollte. 3 ist Durchschnitt und ab 3 ist dann schon stark. Der war schnell unten, ne? Boah, der war richtig schnell unten. Ich sag mal, hast du jetzt Erfahrung gesammelt für den zweiten Durchgang, ne? Auf geht's, Sepp. Oh, gehalten. Komm, Junge, komm. Bisher gleich wie bei dem Tami. Erster Freekick. Nice save. Oh, okay. Ey, bisher gleich wie bei dir, ne? Jetzt kommt's drauf an. Hast du, Junge. Boah, der Wind geht auf jeden Fall gut ab. Boah, schwacher Fuß. Der Wind. Ich hab... Du musst echt auf den Wind auffassen. Erster Durchgang. Ihr habt noch einen zweiten auf jeden Fall. Getting better. Every minute. Feeling good. Flying. Feeling like 30. Sein Alter. Ehrlich. Geist krank, muss man schon sagen. Auf geht's, komm. So ausgeschaut, Junge. You have to jump. Ey, genau gleich. Man. Good save, good save. Komm, Junge, deiner. Stark. Good Freekick. Oh, der scheppert. Auf geht's, komm. Auf geht's. Auf geht's, Tami. Auf geht's. Auf geht's, Tami. Oh. Meine Taktik gewählt, aber auch nicht getroffen. Ey, bisher ist kein 1 gegen 1 drin gewesen. Wie krass ist das bitte? Ey, das gibt's doch nicht. Koppo. Aluminium ist auf jeden Fall der größte Gegner heute. Great save. And last one. Denk dran, der wirft hart. Ja. Ja. Komm, Seppo. Nice. Mit Aluminium ein bisschen unglücklich, ne? Tami hat jetzt im Endeffekt vier Tore. Das heißt, wenn ich ein Tor mache, bin ich schon mal gleich auf mit ihm. Das ist für mich schon mal eine gute Ausgangslage. Und jetzt kommt erstmal Sepp mit seinem zweiten Durchgang. Oh, Sepp will auf jeden Fall direkt rein starten. Oh, der hält ihn. Stark, Junge. Erstes 1 gegen 1, was heute drin ist. Ja. Der ist drin. Stark halten. La fort. Geil, Junge. Sehr, sehr starke Freekicks. Und was war da? War das ein flotter Ball? Freunde, Sepp kommt auch nach dem zweiten Durchgang auf vier. Und jetzt kommt mein letzter Durchgang. Ich bin gespannt. Ich finde, der Torwart macht's extrem gut. Ihr könnt's mal in die Kommentare schreiben. Der ist 47. Das ist schon krass. You have to save one penalty. Frau Felix. Sehr gut geschossen. Super. Boah. Junge, Junge. Geil. Fünfer Runde. Komm, auf geht's, komm. Ganz locker. Die anderen ist perfekt. Geiler. Geiles Schrank der Durchgang. Geiles Schrank der Durchgang. Gylla war das. Geiles Schrank der Durchgang. Ja, ich dachte, ich werde es wieder geben. Wir gehen auch in die U23! Jetzt fühle ich mich wieder 58. Ich fühle mich schon gut. Ich habe bereits in der Kamera gesagt, dass du für 47 Jahre alt bist. Du hast einen tollen Job gemacht. Das ist wirklich unglaublich. Eine Technik für junge Kinder. Du musst dich einfach groß machen. Und nicht in die Tatsache, weil sie sich in die Tatsache machen können. Wir haben 2 aus 6 1-on-1 gespielt. Ich war in deinem Kopf. Ja, definitiv. Und das ist gut. Er war in meinem Kopf. So Freunde, das war tatsächlich auch Konzi. Du stehst neben der Kamera. Meine erste 5-Sport-Runde jemals bei FK. Also heute ist auf jeden Fall mein Tag. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal an den Liverpool-Partner Intervetten und auch an unseren Partner, dass das Ganze möglich gemacht wurde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freunde, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, ciao.